so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal satschenbauer am start ja freunde freunde des guten geschmacks lego star wars dks die komplette saga video nummer 97 episode 4 kapitel 5 mini kids power steine und herausforderungen ja und gleich mal vorweg wie immer würde ich mich natürlich über den daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollen dann einfach den abo knopf betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es recht klingelt wisst ihr ganz genau satschenbauer ist am start satschenbauer ein video geladen satschenbauer ist lost im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv xsgdxpower oder den link in der video beschreibung folgen und wenn jemand ein trinkgeld erlassen möchte dann auf www.paypal.me xsgdxpower oder auch da den link in der video beschreibung folgen ja meine freunde dann schauen wir mal kapitel 5 uns fehlen noch ein goldener stein sechs mini kids der rote power stein und die herausforderung mit den zehn blauen kanistern so würde ich sagen gehen wir rein natürlich mit unserem freund dort wieder und dann legen wir los rein da gut wir müssen abhauen wir müssen gucken was gibt es hier noch nichts ok dann bauen wir das schnell auf ihr sagt kriegen noch einen goldenen einem golden einen blauen stein und das ganze natürlich mal zwei so jetzt sind wir hier dann machen wir mal hier auf da wollen wir noch nicht lang diese sowieso entwaffnet so gut was können wir hier machen wir können hier was aufbauen bringen dadurch ein paar steinchen dann gibt es hier ist dann auch der power stein sehe ich da da bin ich gleich mal gespannt was das wird ein paar stein sein wird dass man da bekommen sammeln die münzen ein junge so schön gucken gleich mal hier nach zack erfahren wir dann am ende vom level was es wird was das für ein power stein ist entwaffnet sind sie ja das ist das gute daran so dass ich da gleich geschossen hat das ist machte gewohnheit der war natürlich nicht entwaffnet so wo der ist entwaffnet so gut dann brauchen wir hier einen kopfgeldjäger das ist mir egal so mini kipp nummer fünf so jetzt haben wir hier das ja warum war ja nicht denn wir wollen ja die münzen mitnehmen hier und dich auch noch kaputt machen so schön jetzt habe ich aber den da oben nicht bekommen warum weiß ich nicht so noch mal hier hoch kriegt man so das will man doch trotzdem noch mal hoch denn deswegen so schnell runter schnell einsammeln her gut da oben haben wir alles genau alles mitnehmen was man mitnehmen können so haben wir den denn und den wunderbar schön gut dann ist da nix mit dks ging es da auch auf warum jetzt nicht ist auch egal so und dann davor schieben wobei ich da hätte hätte ich da auch hoch springen können mit dem wird leider kommen da keine münzen raus aber hier kriegen wir noch welche so jetzt brauchen wir hier den zwergenkönig wieder so mini kipp nummer sechs fehlen noch vier stück gut und jetzt gucken wir mal ob man hier ganz normal mit jaja binks hochkommt müsste man eigentlich oder ja brauche ich nicht da wieder den ganzen weg daher gehen aber ich ich sehe gerade was freundlich ich glaube ich kann dann noch zwei kaputt machen ist unsere münze flöten gegangen aber das macht uns nichts außer macht die türe auf gut nein wir wollen schießen wir gehen schießen der rein es muss halt immer einer sein der da steht und schießen kann so ein idiot ich gebe doch nicht genau nehmen den ganzen scheiß hier so so der scheiß jetzt jetzt geht es doch wunderbar er mit dem goldenen so so das es mächtig viele stats die darunter fallen wieder aber wenn wir rausgehen haben wir hier nichts auch kein mini kit schade ja ja die machte gewohnheit wieso sie das normal drückt keine ahnung wir sollen uns mal beeilen denn ich habe dann noch eine episode heute zu machen eine episode eine naja ist schon ein level kapitel warum schießt du auf mich warum bist du so unfreundlich du kacknacken ich habe ja doch nichts getan bumm zack nummer sieben ok die geht nicht die können wir jetzt sowieso nichts machen die fuzis weil keiner bewaffnet ist genau verschwind das ist das schöne wenn man keiner was machen kann von denen ich sie alle entwaffnet habe hehehe ja 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 zack nummer acht so ja 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 so wir wollen machen genau deswegen weil die schießen ja nicht so darüber wenn ihr aufbauen sonst darüber können wir nicht oh da oben ist auch was da oben ist was was ich gerade sehe guck mal hier rein da ist nichts so das heißt wir gehen jetzt nochmal rüber ok das sind ja nur Münzen was der runter lässt das ist doof ok nur Münzen sonst nichts wenigstens was runter lassen können wird wird naja gut weiter geht's ich wähle jetzt noch zwei Minikids so ok da war nur ein Stein ok da war nur ein Stein oh eins von drei aber wie abhaut feigling wird zwei von drei auch gut drei von drei drei von drei aber kein Minikit irgendwas anderes ja wir müssen jetzt gucken genau das ist das ist echt dann bauen wir erst mal auf schön wenn man nicht angegriffen wird das ändert sich dann gleich in der nächsten runde das da will ich und das da will ich 9 es wird uns nur einer ich weiß jetzt warum jetzt das drückt aber naja also im schnelldurchgang wird es dann mal richtig habe ich so genau dann ist da oben das zehnte mini kit das heißt wir gehen dann gleich hier hoch genau das zehnte mini kit ist da oben drin da oben eigentlich ich weiß dass da oben auch mal eins war ein das ist doch lappen dafür der geld hier geht nichts mehr dann war es das wir haben alles gesammelt und können rausgehen aus dem level 16 minuten als gedauert so unbesiegbarkeit aber freigeschaltet die nehmen wir uns dann auf jeden fall nach der herausforderung mit dann verlieren wir auch keine stats mehr meine freunde da hat es ein ende gott sei dank so jetzt geben unser mini kit das mal fertig gemacht hat fertig gekriegt haben unbesiegbarkeit kostet jetzt bestimmt eine million oder so denke ich dann so 141 haben noch 19 stück fehlen uns 19 goldene steine sind noch zum sammeln so gut dann würde ich mal sagen wir kaufen jetzt die unbesiegbarkeit und dann schauen wir mal ob man die mitbekommen wir wollen die jetzt schnell würde ich sagen bevor wir die herausforderung machen dass man vielleicht nicht mehr sterben können ich weiß es nicht genau ob das funktioniert wie ich mir das vorstelle gleich mal hier zurück so da haben wir hier unbesiegbarkeit genau eine million wie ich gut geschätzt haben war nehmen wir mit für eine million dann passt es so jetzt haben wir 88,5 dann dürfen wir jetzt dann gleich 88,6 haben jetzt haben wir noch die herausforderung in kapitel 5 so wie man sieht noch die herausforderung wir schalten uns jetzt gleich mal das ding hier ein mit unbesiegbar so fortsetzen gut dann machen wir jetzt hier ein kart und dann gehen wir rein meine freunde nur so können wir das machen so dann gehen wir rein und machen die herausforderung und dann sind wir mal gespannt ob unbesiegbarkeit an ist oder nicht aber ich glaube nicht dass es an ist ich glaube das schaltet sich dann automatisch ab so hier sind wir wieder weg brauchen wir das schnell auf guck mal hier ja hier war gleich mal eins sehr schön wir machen hier schnell auf wir haben wir hier rein jawohl nummer zwei nach unbesiegbarkeit gibt es hier nicht okay musste sein nicht dass da einer dahinten dahinter hängt wo wir brauchen wir nehmen den schützen da oben ist eins so so wir müssen gucken ob hier irgendwo eins ist uns fehlen noch sieben stück und ist keins schade nicht hört jetzt wenn man so drehen so stark das ist das langwierige gruscht hier das wird jetzt ziemlich knapp räume ziemlich knapp aber zum glücker mutter schaffings noch nicht mehr da hoch gehen und wieder rüberschwingen lassen wir laufen lassen wir laufen lassen wir laufen das ist ziemlich knapp so lange umgepimmelt so lange umgepimmelt sah und hier ist nichts gehört da draußen ist auch nichts dann marschieren wir weiter das gibt es doch nicht das ist das langwierige das ist das was mir gar nicht gefällt sowas hasse ich wenn es zu langwierig ist wieder muss ich machen nachher ist da einer drin okay ist keiner da ist einer gleich auf dem weg das ist gut das ist das das ist das das ist das Das war's für heute. Da ist keiner, da ist keiner, da ist auch keiner. Gut. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur, wenn die da hier auftauchen. So. Nummer 6. Scheiße. Das ist hier rein. Nummer 7. Noch 2 Stück. Drei Stück noch. 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 Nummer 8. Ah. Ah! doch 9 einer noch so eine könnte hier dran drin jetzt irgendwo sein müssen wir gleich mal gucken da oben ist er nicht da hinten da hinten ist gerade egal egal wie auf die mich treffen habe geschafft gerade noch so eine minute 46 zeit schön haben wir das gemacht schön also unbesiegbarkeit wird da nicht mitgenommen aber ist okay wir haben es geschafft so muss das sein so zurück in die musikandina es war ein versuch wert mit unbesiegbarkeit zu versuchen und wir haben es geschafft auch wenn es nicht nervig gekommen ist aber ja wir haben es geschafft ja meine freunde so muss das wir sind wieder einen schritt näher an den 100 prozent flug vom blöder stern komplett abgeschlossen bleibt uns jetzt noch ein level level 6 und dann noch die zwei bonus und dann ist episode 4 auch abgeschlossen aber das dann im nächsten und übernächsten video ja meine freunde dann sind wir jetzt am ende angelangt wenn das video gefallen hat auf jeden fall daumen nach oben da lassen würde mich sehr freuen wenn ihr mich mit einem kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den aboknof betätigen schon seid ihr in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingen ist ganz genauer sachen power ist am start sachen bauten video geladen sachen power ist lost im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xstgdx power oder den link in der beschreibung folgen und wenn jemand ein trinkel da lassen möchte dann auf www.payball.me slash xstgdx power oder auch da den link in der video beschrieben müssen ja meine freunde jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer lasst euch die ärger nicht von der wandsweise wenn ihr schlafen geht lasst die hände über der bete gespielt nicht an euch selbst rum lasst eurem partner machen alles anderes höchelhaft ich bin dann raus wir sind uns im nächsten video im nächsten live stream wieder macht's gut und bis dann ciao ciao